Servus, ich bin Steffi und Senderin auf Zeit für Sextalk ab der Alpe Ohrenach hier. Ich darf hier ein bisschen in der Senderei mithelfen und generell den ganzen Arbeitsablauf hier erleben. Wie macht man Käse, wie werden Kühe gemolken, wo verbringen die ihren den ganzen Tag. Dazu gehört natürlich auch früh auf zum Stehen, also 4.30 Uhr ist hier Antreten in der Senderei gesorgt. Und danach werden Kühe von der Weide geholt, melken, dann auch wieder in die Sendküche, Milch verarbeiten, bis dann am Ende des Tages der Käse quasi entsteht. Und ja, dann geht es wieder raus von der Sendküche, wieder auf die Weide, Kühe wiederholen zum Melken abends und so um. Am 19.30 Uhr ist dann der Dock vorbei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020